Hi Leute, hier wieder aus der Blue Bubble. Hier habe ich einen Sharpshooter an meiner Seite, Antonio Pilipovic. Und die erste Frage, Preseason, vier Spiele, vier Siege, wie ist das Gefühl hier in Karlsruhe? Natürlich sehr gut, nach vier Siegen fühlen wir uns sehr gut. Natürlich, wir hatten nicht so viele Spieler jetzt immer mit den Leuten, die weg mussten und neu dazugekommen sind, aber wir haben uns gefunden. Manche Spiele waren einfacher, manche schwieriger, aber vier Siege natürlich. Wir sind natürlich glücklich und es hat gut geklappt und deswegen ein guter Start in der Saison würde ich sagen. Hört sich gut an, viel Glück noch, haut rein, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.